Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Harry Potter und der Feuerkelch. Wir sind hier irgendwie gerade draußen in Hogwarts, keine Ahnung warum. Und können nicht durch diese Tür. Okay. Wir müssen, ich weiß nicht genau, was wir machen müssen. Wir sind jetzt irgendwie nach dem Unterricht bei Moody einfach mal hier draußen gelandet. Wieder zurück, was? Euch fehlen noch einige Schilde. Okay, zehn Minischilde muss ich einsammeln. Äh, ich glaube wir müssen zuerst da runter. Warum sind da so gruselige, warum ist da so eine gruselige Musik? Okay, klettern können wir jetzt auch. Das ist toll. Extrem realistische Animation, würde ich sagen. Müssen wir da runter? Vorsicht, ihr wollt doch nicht aus dieser Höhe fallen. Okay. Warum muss man dabei so schreien? Das ging ja erstaunlich gut. Ron ist immer wieder dafür gut, irgendwie das... Das muss an dem Eiter liegen. Eeeh. Eiter? Immer wieder das zu sagen, was alle schon wissen. Da habe ich doch gerade Feuern gesehen. Ja, genau. Das ist... Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt hier hochkommt. Ja. Ist gut. Ist das? Nix. Ähm, ich glaube wir müssen hier durch, oder? Ja, ich denke mal. Was ist das denn für ein Gerät, was hier steht? Der bewegt sich, irgend so ein Auge. Ist das etwa Moody's Auge, oder was soll das? Kann ich den so weit schieben hier, bis da hinten? Ja. Und das ist gut. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Da hinten ist schon wieder Feuer, und hier ist noch mal... Ich sehe auch leider gerade nicht, wie viele Minischilde wir jetzt haben. Aber ich glaube, es sind noch nicht so viele. So. Äh, ich habe schon einen guten Zauberbaum, witzig. Hm, jetzt. Wow. Zwei Schilde, das ist der Burner. Dann muss ich doch noch mal kurz hier den eulen Kessel bemühen. Das Bohnen einsammeln ist irgendwie ein bisschen komisch hier, muss ich sagen. Immer wachsam, hat er gesagt. Wie sollen wir denn noch wachsamer sein? Tja, das weiß niemand. Ups. Irgendwie dachte ich, das hätte funktioniert. Ach. Au! Au! Stehen die überhaupt für komische Sachen, ne? So, jetzt ist das Feuer aus. Jetzt können wir den hier kurz mal trüben. Termine. Läuft nicht. Jetzt. Hä? Ähm. Hallo? Termine. Ja. Kleiner Steuerungsbank. Aber nur ein ganz kleiner. Fast gar nicht bemerkbar. Hier bist du ja. Au! Chipp, 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 chipp. Turmstützen mit Kesseln zerstören, das weiß ich schon. Hast du mich gerade mit Wasser abgeballert, Ron? Zahle ich dir heim. Bohnen! Auf jeden Fall ist es offensichtlich sinnvoll, wenn wir nicht immer nur die gleiche Figur spielen, denn sonst bekommen ja nicht alle die, ähm, die Bohnen. Ich würde eigentlich gerne das Feuer verzaubern. Wo ist es denn jetzt hier? Vorher noch jemand nachkommt. So. Ach, okay. So viel dazu. Komm schon! Welt ist voller schöner Kaninchen. Termine, zauber bitte C. Oh Gott. Okay, und es ist etwas freigeschaltet worden. Da müssen wir wahrscheinlich wieder einen Kessel drauf werfen. Toll, und die Bohnen sind weg. Wingardium Leviosa! Äh. Okay. Das war eigentlich nicht ganz das, was ich machen wollte, aber gut. Immerhin haben wir dafür ein paar Bohnen bekommen. So. Falls ihr euch fragt, warum ich manchmal einfach sekundenlang rumstehe. Das liegt nicht an mir. So. So, dass wir irgendwie den Kessel da noch reinkriegen. Ja. Hat ja gut geklappt. Vielleicht lieber einen von hier nehmen, dann ist die Perspektive ein bisschen besser. Oder von da. Das hat ja toll geklappt. Ich will das auswählen. Wingardium Leviosa! Um geht es nicht. Um geht es nicht. Ich nehme dich jetzt. Oh. Nichts gemacht, das hat sich einfach weiter bewegt. Der Kack. Aber das muss er noch zerstören, oder nicht? Hier diese komische... Jetzt. Und Ron macht, äh... Geilen Dance. Meine Güte! Ron, du bist halt einfach auch selber schuld. Das muss man ganz ähnlich sagen. Äh. Ich war noch gar nicht fertig. Aber gut, wenn ihr meint, dann... Melophors, Polus, Ebublio und Inflatus. Ach, die ganzen Statuen, die bedeuten auch alle was. Toll. Schön, dass ich das jetzt weiß. Aber wir müssen sowieso, ähm... Hier haben wir nochmal Harry hier. Ja, komm, das lassen wir jetzt mal alles noch. Wir müssen sowieso da nochmal rein, denn wir haben ja nicht alles eingesammelt. Wieder zurück, was? Euch fehlen noch einige Schilde. Ja, das kannst du so sagen. Wer singt da? Ähm. Was hat das denn? Harry, du bist... Unfähig. Es tut mir so leid, Ron. Eigentlich nicht. Das wollte ich nicht. Ah, ja. Ich denke, die nächste Kreatur wird dich interessieren. Aha. Interessieren? Interessieren? Das kann unmöglich was Gutes sein. Ja, Leute. Ähm, ja, wenn ihr mir helfen würdet, danke. Das wäre sehr nett. Perfekter Zauber. Eigentlich nicht... Oh Gott, was war das denn? Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, die Statue hat sich bewegt. Das bildest du dir ein. Naja, aber die laufen ja vorbei, ne? Die kommen nicht zu uns. Toller Zauber. Findet es denn sonst keiner gruselig hier? Mhm, nur ein bisschen. Ich darf mal wieder alles alleine machen. Oh Gott. Äh, Bowtruckle 2.0. Ich mach mal Magicus Extremes hier. Ich versuch's ja. Verwendet einen Bluch. Nö. Das war beeindruckend. Capere Tractum. Capere Tractum. Und der coole Magicus Extremes ist leer. So. Kombi Zauber. Drei von zehn Minifilgen. Was ist hier hinten noch? Äh, nix. Irgendjemand hat hier Probleme? Wingardium Leviosa! Aber weißt du was? Ich bin ein schlauer Harry. Ich, äh, bewirfe die Dinger mit Stein. Oh. Überragende Intelligenz. Hat sich sehr ausgezeichnet. Hermine, was geht mit dir? Oh mein Gott. So, dann gehen wir mal rüber zu denen. Da fang ich jetzt gar nicht lange. Werden direkt abgebannert. Von diesen Dingern. Ich weiß nicht, ob das irgendwie die... Die, äh... Bowtruckle... Bowtruckle Weiterentwicklung sein soll. Warum sind da Knöbisse? Ich wurde getötet. Melophores. Ah, Melophores. Okay. Akzio! Akzio! Was ist hier los? Kommt Eis aus dem... Aus der Wand? Öhm, ich glaube... Das war's. Äh, ich hab's in einen Huhn verwandelt. Ich will das Feuer laschen. Hallo? Harry? Wingardium Leviosa! Okay, ich werfe einen Stein auf das Feuer. Wow. Hm. Ich glaube, die Technik hatte nicht so sehr Erfolg. Hier sind diese Staaten. Was kann ich denn jetzt damit machen? Au! Wingardium Leviosa! Ja, und jetzt? Wir sind doch die... Was soll ich jetzt damit machen mit dieser Statue, hm? Sag das doch mal! Diese Erklinge haben irgendwas an sich. Meine Haut kribbelt immer noch. Immer noch, immer noch, immer noch. Hier geht's nicht rein. Ich weiß, rechts ging's auch noch rum. Aber wir müssen uns ja für irgendeine Richtung entscheiden. Mach dir nicht immer so viele Gedanken, Ron. Ja, Ron, man. Ist schon nicht so schlimm. Wenn man stirbt. So, wenn wir schon mal hier sind, können wir noch ein bisschen Feuerlöscher spielen. Jetzt gibt's uns auch nochmal Punkte. Das ist ein schlecht. Aktion! Offensichtlich kann man Aktion auch auf die Bohnen anwenden. Ja, die kommt da nämlich auch her. Äh. Na toll. Und jetzt? Und jetzt? Magikuswuxbräin. Geht weg. Bei in das dood. Äh, die singen. Wieso singen die? Was ist denn los hier? Oh, und Harry ist geschlossen. Es sind irgendwelche Halloween-Geister. Ach, da sitzt sie. So, jetzt muss ich hier noch kurz noch mal Aktion machen, bevor die ganzen Bohnen hier wechseln. Ich würde so gerne zielen können. Würde ich nicht die ganze Zeit sterben. Ähm, ist das jetzt alles? Was auch immer Eructo sein soll. Na los! Okay. Oh, wir sind zu fähig aufgestiegen, das ist toll. Bäm, 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 bäm. Du sollst das nicht lesen. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Okay, ähm. Kompetent. Jetzt haben wir aber doch mal eine von den Statuen bekommen. Sind wir da einfach nur vorbeigelaufen, oder? Ich weiß nicht genau. Hm, okay, was wir jetzt noch machen können kurz, ist hier Harry Sammelkorn. Ähm. Aber ich drücke up und down und es passiert nichts. 155. Wir müssen ja wahrscheinlich früher oder später sowieso alle freischalten. Ronkarten, 164. Ähm, tja. Ich würde jetzt interessieren, was hier mit den anderen Karten ist, die anscheinend freigeschaltet wurden. Entschwindekarten. Hm, vielleicht wird der neue Satz erst freigeschaltet, wenn man alle hat. Keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall geht's dann beim nächsten Mal weiter. Für heute verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut morgen wieder vorbei. Und wenn's um 15 Uhr hier weitergeht mit lustigem Zauberstab gefucht wird, habt noch einen schönen Nachmittag. Und ich sage wie immer, tschüss und auf Wiedersehen. euch wiederum. Ja. Vielen Dank.